Das ist Timmy. Er ist Facebook-Nutzer und hat öfter Kommentare mit dem selben Satz gelesen. Deswegen fragt er sich, wie kann das sein? Die Antwort, es waren Social Bots. Doch was ist das eigentlich? Ein Bot ist ein Computerprogramm, das individuell auf menschliche Aktionen reagiert. Hierzu wird künstliche Intelligenz genutzt. Social Bots sind Bots, die in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder auch Instagram unterwegs sind und versuchen Menschen zu beeinflussen, sodass diese zum Beispiel ein Produkt kaufen oder eine politische Meinung vertreten. Damit Timmy nicht auf diese Social Bots hereinfällt, will er wissen, wie diese funktionieren. Also wie finden diese Bots eigentlich die richtigen Posts? Social Bots suchen nach Schlüsselwörtern. Sie suchen Posts durch, um das richtige Thema zu finden, wie zum Beispiel eine politische Diskussion, um dann eine vorgefächene Nachricht als Kommentar zu unterlassen und eventuell zu versuchen, eine Konversation zu führen. Das klappt allerdings in vielen Fällen nicht, da der Bot entweder zu wenig vorgefächene Nachrichten zur Verfügung hat oder er mit Nachrichten antwortet, die im Zusammenhang keinen Sinn ergeben. Doch warum sind sie so gefährlich für Timmy und andere Menschen? Bots werden oft zur gezielten Manipulation zum Beispiel für politischen Wahlen und für kommerzielle Webprojekte verwendet, um Menschen dazu zu bewegen, für Parteien zu stimmen oder Produkte zu kaufen. Im amerikanischen Wahlkampf vor einigen Monaten zum Beispiel wurden sehr häufig Social Bots genutzt, um die Bevölkerung auf die Seite von einer der beiden Parteien, Hillary Clinton oder Donald Trump, zu bringen. Dazu wurden sogenannte Fake News verbreitet. Doch wie kann Timmy sie nun erkennen und von Menschen unterscheiden? Social Bots zu erkennen ist nicht sehr leicht. Allerdings gibt es einige Tricks, mit denen man sie entlarven kann. Zum Beispiel gibt es die Seite BotOrNot, auf dem man den Twitter-Nutzernamen des Verdächtigen eingeben kann, woraufhin ein Script den Nutzer auf Aktivitäten und Interaktionen untersucht. Es wird errechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er ein Bot ist. Allerdings ist diese Methode sehr ungenau. Man kann Social Bots auch manuell erkennen, indem man sie beobachtet und da Bots nur vorgefertigte Nachrichten schreiben können, werden sie öfters dasselbe schreiben. Und wenn Timmy nun einen gefunden hat, was macht er dann? Auf allen gegen die Social Media Plattformen kann man Nutzer melden, wodurch sie gesperrt werden. Dadurch kann Timmy verändern, dass dieser Social Bot weiter seine Nachricht verbreiten kann. Hallo Leute, ich hoffe das hat euch gefallen und das Video war sehr einschränkend und ich will hoffen, dass ihr sehr viel Spaß hattet.